Corona dominiert auch den morgigen Plenartag. In der aktuellen Stunde werden wir das Thema Corona-Epidemie und Familien diskutieren, die Herausforderungen, die Maßnahmen, die notwendig sind. Aber ebenso wird ein Thema sein, Schulschließungen, wie kann man sie verhindern, wie geht man in Zukunft mit Impfungen um, eine große Frage. Und dann haben wir noch das Schutzmaterial, Sicherheitsmaterial, die Qualität, wie können wir sie gewährleisten und die Raumordnung findet auch noch in einer dringlichen Anfrage ihren Platz in der morgigen Sitzung.